Hallo Leute, willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. In der letzten Aufnahme sind wir bis zur Arkham Villa vorgestoßen und da unten sind Gegner. Und jetzt heißt es die Arkham Villa erkunden, denn hier ist irgendwas im Gange. Und für das interessieren wir uns natürlich. Ähm, ich möchte ganz gerne hier den Batrang. Kann ich hier eigentlich... Moment mal kurz. Einen Moment. Moment. Was kann ich überhaupt... Kann ich hier mit dem mal greifen? Je nachdem. Nö. Das heißt wahrscheinlich, ich muss hier einfach runter. Der da hinten ist bewaffnet. Das heißt, wir werden erstmal getrost, glaube ich, den ausschalten. Wer ist hier? So. Ah. Geht's ihm gut? Der hat die Waffe schon verloren und das ist natürlich perfekt. So. Ich hab's jetzt auch mit dem Kontern etwas drauf. Merke ich gerade. Und ich will hier kurz mal Audio optionieren. Ist plötzlich irgendwie ein bisschen lauter geworden. Moment. So. Gut. Ja. Da vorne standen wir schon zweimal. Jetzt sind wir hier hinten. Ähm. Ach so. Okay. Ähm. Ich will dann ganz gerne mal da hoch. Mal gucken, was da so los ist. Gut und doch. Ach so, so wie ich das sehe. Ist das weil... Moment. Oder ist hier gar nicht zu? Aber was ist denn dann da oben? Kann man mir das mal sagen? Was ist denn da oben? Ist da was Spezielles? Oder? Ach nee. Ich seh's. Hier muss ja was Spezielles sein, sonst könnte man hier ja gar nicht hin. Häng. Gut. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Tür offen ist oder ob das hier einfach nur ein Secret ist. Ah. Okay. Sprühen wir hier wieder schön rum. Und dann... Etwas in Deckung, damit die ja nicht auch noch Schaden kriegen und... Peng. Ah, was das hier ist oder wie man das wegbekommt... Immer noch keine Ahnung, oder geht das mit dem? Nö. Da geht gar nix. Äh, hier ist zu. Guten Tag. Hier ist Joker mit einem kleinen Update für euch alle. Zu dir ist die gute Nacht. Ihre Arme noch die Jacht. Die schlechte ist die Rätsel. Sie haben die Mutter, die wir ein Dokument verstecken. Ich möchte, dass es hier vollkommen wird. Ich habe einen Plan, oder sie ist es selbst, ihre Zunge zu lösen. Aber durch Suche, der sich ein Krieg entwickelt, wer das Dokument findet, bekommt einen Freie. Aha, da möchte ich das eigentlich gerne finden. Wer ist aus? Ach so, findet sie. Alter, der letzte Preis, den er dann hatte, kostete mein Kumpel seine Beine. Sie stundenlang totgeladen. Hahaha. Ist ja auch ein toller Witz. Moment mal, kann ich das hier nicht mit einem Batrick zerstören? Nee, da treffe ich da nicht durch. Hey! Oh, ich will da zerstören. Ich will es zerstören, das Spaßgebies. Gut, ich werde jetzt erstmal die Gegner ausschalten. Da unten, da ist ja keiner richtig bewaffnet. Trotzdem, den werden wir jetzt erstmal so... Ich will mal hier Gleitritt machen auf ein von euch. Ich will hier dann einzuteile. Und still wäre nicht dein Gesicht in den Bodenramme. Ich gehe was davon. So, guten Tag. Ok, es sind ein paar mehr als sonst. Na, das sind ein bisschen viele. Boah, 30er-Kombo, ey. Gut, die sind platt. Das Ding ist halt, man kann ja hier so ausschalten auch. Äh, das Problem ist nur, wenn da so viele Gegner auf einmal sind, da kannst du das vergessen. Oh, falsche Taste, tut mir leid. Das war eigentlich diese hier. So, hier nach unten. So, und dann kann ich das hier nämlich schürzen an das Gitter machen. Ich brauche hier nämlich so gewisse Aufzeichnungen früher als der nette Joker. Ah, hier ist eine Ritter-Trophäe. Ok, das ist natürlich auch voll. Gefällt mir natürlich immer wieder. Und dann ist hier noch ein Spaßgebiss. Ach, da komme ich nicht rein. Ok. Dann denke ich geht's... Ah, hier sind auch noch Spaßgebisse. Will ich haben. Guten Tag. So, ich glaube, das war aber auch schon alles. Ja. Gut. Dann geht es da vorne weiter. Auch hier wieder schöne Statue von so einem Forscher. Und ein Mülleimer. Der Mülleimer ist mein Freund. Ja, Moment. Hier gibt es doch irgendwo sicher Secrets und anderes Zeug. Oder auch einfach gar nix. Man kann jetzt zwar hoch, aber irgendwie scheint hier nix zu sein. Ja. Weil ich finde ja auch im Detektivmodus nix. Hm, ok. Runter. So. Direkt durch die Tür. Guten Tag. Ist hier jemand? Okay. Zwei Gegner bewaffnet. Einer bewaffnet. Äh, zwei Gegner geortet. Einer bewaffnet. Einer unbewaffnet. Äh. Da vorne ist schon mal einer. Den möchte ich ja, wenn möglich, äh... So ausschalten, dass der mich nicht sieht. Fünf Joker-Zähne zerstört. Wie hat er sie dir hingebracht? Keine Ahnung. Ha? Ha? Aha. Ich hätte sie zum Reden gebracht. Wäre lustig geworden. Ha, ha, ha. Hm. Hier kommen wir nicht weiter. Das ist wahrscheinlich nur ein Secret. Ah. Guck mal, was da drüben ist. Ding. Die haben auch gar nichts geblickt, irgendwie. Wie zieh ich. Äh. Gehen wir hier mal runter? Hier ist sogar ein Riddler-Symbol. Ups, falsche Taste. Falsch anvisiert. So. Ich will nämlich da hoch. Dachte ich's mir schon. Diese Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Okay, da sind sie. Ähm. Kann ich hier noch irgendwo... Ach, das machen wir einfach mit nem Gleittritt. Tachchen. Tachchen. Ja, komm nur, du. Nachti. So, bei so wenig Gegnern kann man das jetzt eben machen mit dem Ausschalten. Aber sonst... Wär das dann doch schon recht schwer. Hier ist nix mehr. Wir können da noch hoch. Aber ich denke auch hier... Kann man das einfach so just for fun machen, ja. Hier gibt es sonst nix. Gut. Dann... Gehen wir weiter. Guten Tag. Oh, guck mal. Willkommen in der Bibliothek von Arken. Geschichte ist so richtig. Ein traumatisches Eil, das hier ein Wort da ist. Genug, um jeden in den Weis hinzutreiben. Hör dich zu Boden und trample auf deinem Gesicht. Niemand trampelt hier auf nem Gesicht rum. Und schon gar nicht ihr. So, ich prügele jetzt einmal hier mal wieder rum. So, wenn die bewaffnete Typen nämlich etwas... Ähm... Weniger worden werden... Dann ist das ganz sicher auch wieder etwas einfacher. Peng. Ja, komm du nur. Wat willst du tun? Wat willst du tun? Außer schlafen. Im Koma. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt musst du nur noch einen Spaziergang nach unten machen. Und die hilflosen Geiseln retten. Richtig? Aha. Moment. X. Ah, das sind Geiseln. Okay. Ich mach aber erstmal einen Schritt nach oben. Weil, so wie ich da kennen, sind hier sicher irgendwo Secrets oder so versteckt. Ja. Da ist jedenfalls schon mal was. Ob das jetzt ein Secret ist? Andere Frage. Aber man kann ja nachgucken. Die letzte Seite zu lesen. Schäme dich. Also. Hier ist die Pumte. In zwei Minuten macht das Lachgas. Boom. Von diesen griesgrämigen Ärzten dauerhaft gute Laune. Tick, tack. Tick, tack. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Das heißt, wir haben sogar jetzt ein Zeitlimit. Dass wir sogar hören. Na toll. Ich komm hier aber irgendwie nicht weiter. Hallo. Ganz schön. Hier geht's auch nie weiter. Hier drüben. Auch nicht. Ich muss sagen, mir wird jetzt schon langweilig. Ach. Vielleicht sollte ich einfach auf den Hinlauf führen. Nein, Moment. Ich glaube, ich hab hier ne Idee. Aber, wie geht's? Ach, da ist es. Da. Hin und an, das ist die Grenze. Moment. Ich muss doch irgendwie hier... Okay, ich glaube, ich muss da erstmal hoch. Ja, wir werden wahrscheinlich jetzt... Werden die lieben Ärzte leider sterben. Besser gesagt, dauerhaft lachen. Aber ich glaube, ich muss den hier irgendwie zu Fall bringen. Aber... Weißt du noch, die Geisel? Sie sehen hier jetzt die letzten 60 Sekunden, in denen sie sich ans Atmen erinnern. Tick, tack, tick, tack. Vielleicht kann ich das Ganze irgendwie aufsprengen. Ne, er schüttert hier gar nichts. Boah, wie soll das denn gehen? Wenn er mit dem ja auch nicht geht. Ich kann mich da nicht festhalten mit dem. Toll. Ich müsste irgendwie höher kommen. Nur noch 30 Sekunden. Moment. Ich hoffe, die Rennerei hat ein schönes Kostüm. Nicht ruiniert. Ich müsste doch hier irgendwo hochkommen. Ich komme da zwar hin, aber... Oh, ey, wie fies. Toll, ja. Da zähl ich jetzt auch zu spät. Ach, hier. Ja. Da hätte ich vorhin hängen müssen. Sechs. Fünf. Ja. Vergiss es. Drei. Zwei. Zwei. Hilf auf eins. Boom. Glein' scherz. Ja. Der hat sie doch nicht mal, ey. Was ist das denn? Do not open before a... Oh, first April. Love, Joker. Hey, der Typ ist doch krank. Aber wir hätten es fast noch geschafft. So. Hallo. Unglaublich, der Typ, ey. Der macht mich fertig. Danke, Batman. Sind Sie alle weg? Ja. Sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen. Als ob sie etwas suchten. Will hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Will hat sich gewehrt, aber es ist passiert.